So, willkommen zurück. Wir sind dann off hier wieder. Amelia ist jetzt schick ausgerüstet, ja. So, wir wollen einen Strato holen für den Jova, damit sie wieder nachts schlafen kann. Bei uns. Nicht bei dem schwarzen Kondom. Machen wir mal ganz kurz auf die Karte gucken. Wo ist denn da? Okay. Okay. Okay, okay, okay. Wir gehen einfach hier hoch und gucken, ob das was hier hört. Schon wieder die blöde Viecher einlecken. Ich fährt am Arsch. Tschüss. Tschüss. Ich fang nicht. Ich fang nicht. ouch ok, ich werde dir Mistfee Können wir da bitte hoch? Sind die ganzen Typen denn jetzt auch wieder da? Dann kriege ich aber die Käse. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ich da auch jedes Mal drauf reinfalle. Oh mein Gott. Okay, da habe ich überhaupt nicht aufgepasst gerade. Na gut, vielleicht kann ich das dann sogar nochmal so machen, dass ich mich da durchschleiche. Oh nein, muss ich jetzt wieder gegen die Blöden? Oh nein, nein, nein. Alles gut. Ich muss nur wissen, wo der andere ist. Das ist halt nur der, aber den anderen sehe ich halt nicht. Da müssen wir ja irgendwo stehen. Und da ist er. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist er. Oh mein Gott. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Warum habt ihr denn der blöde Sack nicht gesehen? Was ist ja wahnsinnig? Wow! Oh! 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 Wenn es ein richtig geiles Schleichsystem geben würde in dem Spiel, würde ich auch sagen, okay, macht Spaß, aber so ist es halt einfach, ich weiß auch nicht, okay, das wollte ja nicht, hier, ach hier ist es, okay. LOL LOL Oh man, da komm ich wieder in diese, also es ist einfach nicht. Kommt ich noch von mir her? Ja. 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 Okay, wo müssen wir jetzt genau hören? Und hier müssen wir hin, vielleicht ist dann Tom, müssen wir besuchen. Ok, wir gehen links und dann gleich rechts. Wir gehen, wir gehen, wir gehen. Du bist ein Wunderschön, dass du hier zurückkommen bist, Herr Mann, Sir. Du bist auch ein Wunderschön, nicht, dass ich bin. Das wäre nicht gut, dass du das Wunderschön würdest. Was hast du? Du bist ein Wunderschön. Was ist denn? Ja, komm. Die Waren betrachtung. Hey Baby! Okay, dann zurück nach Noctis. Welchen Weg kommen wir denn hier jetzt am schnellsten wieder weg? Ach, man kann jetzt direkt schon dahin fahren, das ist natürlich praktisch. Dann muss sie nicht immer diesen verfluchten weiten Weg gehen. So, auf nach Noctis und den Vora reparieren und dann findet sie uns vielleicht wieder sympathisch. Nachdem wir erst mit ihr gequatscht haben über ihren Boyfriend, den sie nicht hat. Na gut. Auf nach Noctis! Armelia ist bisher so der einzige Charakter, der mir wirklich wahrscheinlich im Gedächtnis bleiben wird. Aber naja. Ich glaube ich habe jetzt schon so viel zu dem Spiel gesagt, was mir nicht gefällt. Aber ich denke ich werde es doch bis zum Ende durchziehen. Mal gucken was da noch so kommt. Die Hauptgeschichte interessiert mich dann doch schon über der Rest. Puh. Okay Amelia. Und bitte nimm mich nicht Zack, sondern äh, was kommt rum. Und jetzt habe ich alles. Ich kann eigentlich erst auf die Veränderungen beginnen. Aber es dauert einen Tag, zumindest. Und als ich anfangen werde, werde ich in die Höhe tiefen. Also, wenn du mich für etwas anderes brauchst, werde ich nicht bereit sein. Funktioniert für mich. Ich bin sicher, dass du wiederholen kannst. Soon genug. Verdammt. Auch wenn du dich verletzt hast, kann ich dich wiederholen. Jetzt komm raus und lass mich arbeiten. Warte bis er Mediorigion ist, aber du fertig bist. In 23 Stunden. Okay. Okay. Okay, wir haben wieder einen Punkt. Äh, kann ich denn hier noch irgendetwas machen, was mir was bringt? Langweilig. Das ist halt auch mal das große Problem, dass die Talente alle so stinklangweilig sind. Ja, mach mal das. Na gut, ich glaube ich speichere mal an dieser Stelle. Mal gucken mal, was die schlaue Uhr sagt. Äh, es ist wieder Zeit für einen Cut. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, ob Amelia dann schon fertig ist mit den Rover. Und ob wir dann, äh, ja. Fortschritt bei ihr machen. Mal gucken. Also, bis zum nächsten Mal. Tschaui.